Willkommen zurück bei ZGuides. In diesem Video geht es um das Suchabneiung 171. Hätte ich im letzten Video mal ein bisschen, also vor dem letzten Video mal ein bisschen aufgepasst, wäre mir aufgefallen, dass es direkt neben, fast direkt neben dem 176 liegt. Deswegen starten wir wieder von hier oben. Ich habe den Drachen im Blick. Wo bin ich? Ich bin westlich von Backbattal, der Hauptstraße nach draußen folgen, bis zur Seilbahnstation 3. Und hier geht es mir so in den Wald hinein, sag ich mal, die Wildnis. Den Fluss entlang hier nach oben, hier an dieser Stelle könnt ihr nach oben klettern, dann steht er da, wo ich bin. So, diesen Klippen hier hochklettern. Und wenn wir es jetzt umdrehen, hatten wir hier unten das letzte Suchabneiung dort hinten, unter der Brücke. Gehen wir aber einfach hier außen entlang, über die Brücke, hinter dieser Holzstruktur hier, oder wie man sich das Holzding darstellt, liegt schon die nächste. Das nächste Suchabneiung. Ah, scheiße. Na ja, gut. Ich wollte eigentlich nicht mehr so viele Einzelne nebeneinander machen. Boah, hey, es passiert. Und wie immer, habe ich vergessen, vorher das Bild zu machen. Haha, geil. Zack, Suche-Medaillon. Wo befinde ich mich? Ich befinde mich hier wirklich im... Ich rennt kein Mensch lang. Hier hinten. Zoom nochmal raus. Mach mal rein. Das ist aber eigentlich... Wenn man einmal hier hinten macht, sind ganz viele Suche-Medaillons in dieser Ecke. Hätte man alles zusammen machen können, aber gut. Danke fürs Zusehen, das ist gern ein Abo da, um nichts zu verpassen. Du könntest sogar ein Mitglied werden meines Kanals, um mich zu unterstützen. Das ist natürlich nicht das letzte Spiel hier. Geschweige denn, nicht der letzte Guide für irgendwas. Hier kommen noch Unmengen. So, das so. Haut rein. Ciao, ciao. 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 Ciao.